Die Pubertät zeigt sich aufgrund von folgenden Merkmalen. Einmal durch den Samenerguss, zweitens durch den Haarwuchs am Schambereich, drittens durch das Erreichen von 15 Jahren und viertens bei Mädchen eben durch die, durch Beginn der Periode, dass sie das erste Mal die Periode bekommt. Das sind die Merkmale, wann die Pubertät eintritt. 15 Jahre, das ist, wenn nichts anderes eintritt. Also dass diese Merkmale, also die Ejakulation, also der Samenerguss, beziehungsweise der dichte Haarwuchs, das bedeutet, es ist also viel Haare, nicht nur beim ersten Haar, sondern ein dichter Haarwuchs, sodass die Gelehrten sagen, sodass man anfängt sich zu rasieren. Wenn das eintritt, beziehungsweise bei den Mädchen die Periode, eines von diesen drei, egal welches, ist schon ein Zeichen für die Pubertät. Sollte keines dieser Zeichen eingetreten sein. Und das Mädchen ist nun 15 Jahre alt geworden, und zwar 15 Jahre gemäß dem islamischen Kalender. Gemäß dem islamischen Kalender. Das sind pro Jahr 11 Tage weniger als das christliche Jahr. Und das bedeutet, alle drei Jahre sind das ein Monat. Alle drei Jahre sind das ein Monat. Und bei 15 haben wir, wenn wir das dann teilen durch 3, haben wir 5 Monate. Das bedeutet also, also schon mit 14,5 ungefähr, nach christlicher Berechnung, mit 14,5 ist man schon 15. Das muss dann dieses Kind berücksichtigen, wenn nichts eingetreten ist. Der Haarwuchs, Achselhaar und so gelten nicht als Merkmal für die Pubertät. Es müssen die Schamhaare sein. Das ist ein Monat.